Wir haben uns vorgenommen, einfach gut in die erste Hälfte zu starten. Ich glaube, es ist uns gut gelungen. Im Endeffekt müssen wir in der ersten Halbzeit 2-3-0 führen. Wir wollten einfach stabiler stehen heute. Wir haben mit der Dreierkette gespielt und ich auf der Sechs, um da vorne die Räume zu schließen. Ich glaube, es ist uns als erstes richtig gut gelungen. Es war ein guter Kross von Gavo. Vince, glaube ich, hat die Ball auf und ich war in der Rückseite. Ich bin oft da, aber der Ball kam da. Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen ersten Ball in der Stadion gewonnen habe. Ich bin sehr glücklich, aber ich bin sehr glücklich. Es war perfekt in der ersten Hälfte, sie hatten vielleicht einen Schuss, wo Flo in der ersten Hälfte hat. Es fühlte sich stabil, es fühlte sich gut, besonders in der ersten Hälfte. Aber dann ist etwas falsch in der zweiten Hälfte. Am Ende müssen wir auch mal 1-0 halten, wie uns gelungen ist. Dann kriegen wir so ein dummes 1-1. Am Ende ist das Glück, dass wir es nicht verlieren. Ich fühle mich nicht, dass wir Drehungen machen können. Wir sind einfach brutal, wir sind hart auf uns selbst. Aber dann gehen wir wieder in der Woche. Wir vorbereiten uns noch besser für gute 90 Minuten, nicht 45 Minuten. Das darf uns nicht passieren, deswegen haben wir einiges zu tun die Woche. Wieder hart arbeiten und dann müssen wir uns am Samstag besser machen gegen KST. Bis zum nächsten Mal.